hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video ja heute wieder steve wuchs in gefahr aber da macht er denn hier bitte also nochmal hallo und herzlich willkommen zu diesem video heute wieder steve wuchs in gefahr und los geht's an jemandem drauf viel spaß ja heute eine special folge steve wuchs in gefahr weil lange zeit ein bisschen ruhig war mir immer zu warm im winter war mir zu kalt es ist so warm und für außendreh ist aber heute hier anlässlich besuch mein gott von mich ja für mich das film wird und julian von julians filmversum ja haben wir hier so ein sonderspecial ja rollstuhl heißt das die folge und ich habe ins die book und zwar godzilla gesponsert von unserem lieben freund stanley von stanley's filmzimmer ja vielen dank nochmal an dieser stelle ist übrigens hier von kot sein lieblings godzilla und wir gucken jetzt mal wie sagt der michael wird sich jetzt in den rollstuhl sitzen und julian fährt ihn über die steelbook ihr kennt die situation ja ihr seid unterwegs mit dem rollstuhl und haben ein steelbook dabei und es fällt euch die hand und jemand fährt einfach rüber ja das passiert mal ja wir bereiten das jetzt vor und dann geht's los so denn feuer frei noch mal es kommen Warte auf, bitte Schmacki! So, warte, oh jetzt zeig ich dich, sehe ich mich ja auch nicht. So, ja ihr habt es gesehen, Steel Bucks, ja ihr schaut mal an, hier ist leicht verbeult ja und irgendwie auseinander gerissen und ja wie gesagt, Rollstuhl und Steel Bucks passen nicht zusammen, eindeutig, ja dem Hund gefällt es auch nicht und ja vielen Dank. An meine, ja der Micha will ja nicht mehr raus aus dem Rollstuhl. Guck dir jetzt mal deine Hände an. Ja ihr seht schon, wir hatten Spaß, ja wie gesagt vielen Dank an Micha, an Juli, andersrum und ja, wir sehen uns wieder im nächsten Video, bis dann, ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.